Hallo liebe Leute und willkommen zu Landwirtschaft Simulator 2022 und ihr fragt euch, na was willst du uns wieder zeigen? Das hier, einen Skateboard, Dicker! In LS22 hat noch nie einer Skateboard gesehen und hier ist einer, mit dem können wir wirklich fahren. Die Olga von der Volga wird den jetzt testen. Das ist ja richtig gut. So, es geht nun los. Unsere kurvige, schöne, Topmodel-Figur, geile Schokohase startet jetzt. Seine maximale Geschwindigkeit ist 20 kmh und diesen Skateboard unter der fährt sich wohl ganz interessant. Wer hat schon mal sowas von euch in LS22 gesehen? Ich glaube niemand, 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 niemand. So, da habe ich einen geilen Skateboard gemoddet. Voll cool, Alter. So, so, jetzt hängt da was in der Luft, ja, unser Hauerboard. Wir fahren schön durch den Wald, sogar durch den Wald können wir damit fahren. Kein Skateboard der Welt fährt durchs Rasen, durchs Unkraut, aber dieser hier, dieser fährt. Und wisst ihr was, er fährt auch durch den Wald. Yo, wir fahren auch noch durch den Wald. Mega geil, ey, Abstand nehmen. Abstand, 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 so, und jetzt hier weiter, weiter. Mega geil, sehr cool, sehr interessant, super, schön, cool, krass. Very, very good. Schoko, Olga, die macht das richtig gut. Ja, ein sehr schönes Teil mit Skateboard durch den Wald, den LS22. Niemand hätte das gedacht, dass es möglich ist, aber Leute, ja, es ist möglich. Und wir versuchen auch damit übers Wasser zu fahren, aber übers Wasser wird es nicht klappen, aber wir probieren es mal trotzdem. So, 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 nachher ist es so ein Grafikfehler und wir fahren voll aufs Wasser, Alter, das wäre heftig. So, jetzt komm, schöner Stand, los, spring, Olga. Oh, 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 nein. Die legt sich ja voll auf die Fresse, ey. Steh auf, Mäuschen. Ja, Wolski, Maldawoiski. So, und jetzt springst du da schön rein, komm. Uh, wo ist mein Scaleboard? Fertig, der ist ertrunken, Dicker. Den gibst du nicht mehr. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Abonniert diesen Kanal. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye, bye. Peace.